Heute mal keine Natursteine, sondern wir reinigen einen Linoleumboden. Keine schwierige Aufgabe, weil wir haben hier nur normale Verschmutzungen. Und normale Verschmutzungen, also organische Verbindungen, lassen sich am besten mit einem basischen Reiniger entfernen. Das heißt, einen basischen Reiniger, 1 zu 10 mit Wasserfall und auftragen, mit einer Einscheinmaschine und einem Pad einmassieren. Anschließend die Schmutzflotte mit einem Nasssauger absaugen und fertig ist die Reinigung eines Linoleumbodens.